Weißt du noch, wie in der einen Folge von Big Bang Theory Sheldon sein Lilianer Kampfstrauß Glenn gestohlen wird? Das war so grässlich. Die ganze Zeit und das viele Geld, das Blut, der Schweiß, die Tränen und die Erinnerungen. Ein mieser Kerl hat ihn geklaut und dann puff, das war's. Und wenn wir ganz ehrlich sind, passiert uns das doch ständig im wahren Leben. Und so gerne ich jeden einzelnen dieser Gauner erledigen würde, ich kann es nicht. Denn das liegt leider nicht in meiner Macht. Aber ich kann dir helfen, deine Konten und deine wertvollen Ingame-Items zu schützen. Ich habe Anti-Span-Updater, URL-Advisor, Screenshot-Schutz und eine sichere Tastatur. Alles, um deine Sicherheitsparameter zu schützen. Und wenn du zusätzlichen Schutz brauchst, habe ich auch noch ein VPN und einen Passwort-Manager. Ganz ehrlich, lass uns diese Mistkerle einfach vernichten. Also hol dir den echten, wirklich leistungsstarken Schutz und schütze deine digitalen Lieblinge.